Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich bin's Kati und ich darf heute wieder ein Päckchen auspacken. Ein Päckchen, das Eva für mich gepackt hat. Die Nummer 10. Heute ist ja schon der zweite Advent. Mich würde natürlich mal wieder interessieren, was macht ihr so am zweiten Advent? Wie verbringt ihr euren Sonntag? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier drin ist. Das will ich natürlich jetzt sofort auspacken. Also das Geschenkpapier finde ich schon mal sehr, sehr schön mit Flamingos. Ein bisschen sommerlich, ein bisschen sommerlich im Dezember. Und was da drin ist, werden wir hoffentlich jetzt sofort rausfinden. Metal Shot Lip Paint. Ah, eine Lippenfarbe. Von Essence. Ist so ein interessanter, äh, bisschen Bronzeton. Hm, und wie so ein Lipgloss kann man das Ganze dann auftragen. Ich trage es einfach mal gerade hier auf die Hand auf. Boah, das ist ja eine intensive Farbe. Wow. Sieht sehr, sehr cool aus. Wenn ich mir so vorstelle, vielleicht so an Weihnachten oder so. Wenn man sich dann so schick anzieht und dazu dann diese Lippenfarbe. Interessant. Also finde ich schön. Wie findet ihr die Farbe? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr so eine Lippenfarbe hier, Lip Paint, gerne tragen? Eine Metal Shock? Oder sagt ihr vielleicht eher etwas, wenn ich mich verkleiden möchte oder so? Das könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Also vielen Dank, Eva. Ich finde es sehr, sehr cool. Von mir gibt es einen Daumen nach oben. Wenn euch das gefallen hat, was Eva hier verpackt hat. Wenn euch euer, äh, unser zehntes Adventskalender-Türchen gefallen hat. Dann gerne auch in die Kommentare schreiben. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Päckchen.